Moin Frauen und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play WoW BFA. Wir leveln mit Bourbine im schönen Nasen, ihr schaut sich zurecht um die Damen, einwandfrei hier der gefährliche Sumpf. Wer findet das versteckte Gildenmitglied in diesem Startbild? Ich sehe es, es ist sehr gut versteckt, ja es könnte, weiß ich nicht, PUBG, Fortnite so, ne, uh, wobei jetzt wird's gefährlich, jetzt wird's so easy, liebe Leute. Nichts mehr mit Inbüschen campen. Wir haben erstmal Post, das ist auf Bourbine immer recht seltsam, deswegen ist das bestimmt wieder was sehr, sehr Schönes. Vom Arzt und Taker hier, ein rachsüchtiges Huhn, sehr schön, schauen wir mal, das Hastalter, das Hastalter, alles klar. Wie du einfach am Anfang des Let's Play sagst, dass Rastaka ein Boss werden soll und erst jetzt einfach ist, Craft bester Prophet. Tatsächlich war das dann noch nicht mal confirmed, ja es ist immer schön, ne, es ist immer schön, wenn man sich Ideen macht, die einem logischerweise dann auch in der Regel gefallen, ne. Viele Theorien, die ich aufstelle, will ich ja auch einfach haben, ja, die sind ja nicht immer jetzt wirklich auf fundierten Fakten aufbasierend, aber das ist natürlich schön. Wusste ich gar nicht mehr, Arzt und Taker, vielen Dank, auch für diese schöne, rachsüchtige Huhn und die vier Gold, ich weiß gar nicht, wo es das gibt, Mann. Was ist denn das rachsüchtige Huhn, es sieht schon mal sehr gut aus, das ist, ne, oder? Brathühnchen Wissenschaft, das ist von der Weltquist in Kronensteig. Es gibt im Kronensteig anwesend ganz seltene Weltquist, liebe Leute, wo man in der Küche irgendwelche Heinis töten muss, ja, irgendein paar Atzenjunge wegpöbeln. Und wenn du die Down hast, dann können die so ein Ei droppen, wo du das bekommst, glaube ich. Die weisesten Ingenieure von Arzeroth wissen, nur eins ist gefährlicher als ein lebendes, böses Huhn und das ist der Geist eines bösen Huhns in einem mechanischen Hühnerkörper. Ja, das macht verdammt nochmal Sinn. Den guten Atzen-Taker kenne ich aber. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, gut von den Pets nicht. Dann ist es etwas anderes, Freunde, das ist völlig logisch. Es muss etwas anderes sein. Mein guter, vielen Dank für dieses Huhn und für diese nette Erinnerung, wusste ich nämlich gar nicht mehr. Das war mal ein thematisch passender Brief, oder? Wie die Faust aufs Hühnerauge, Freunde. Wir wollen weitermachen und zwar da oben. Wir müssen zu den Totelanern fliegen weiter hin oder reiten? Warum? Ich glaube, wir fliegen lieber. Toll, hätte ich das gewusst, ne? Aber dann hätten wir die Post nicht machen können. Hätten wir doch, weil ich ein Toy habe. Merkt ihr das? Wenn man so, ne, wieder nichts geplant hat für den Part und ich das dann euch direkt hier von links nach rechts einmal durch die Ohren zwirbeln muss. Das ist einfach ganz, ganz gefährlich, liebe Leute. Ganz gefährlich. Momentan wieder so einige unschöne FPS-Drops in WoW. Ja, viele haben Probleme mit Raids, viele haben Probleme mit älteren Add-ons und so weiter und so fort. Gut, dass das stirbt, ne? Gut, dass WoW tot ist, Mann. Es ist wieder, wäre wieder viel zu kompliziert gerade. Ah, ne, weil müssen wir den Raid umstrukturieren, ein bisschen für heroisch und so weiter. Ja, man hat gut zu tun, ne? Wenn man nicht gut zu tun hat, dann hat man deswegen nichts zu tun, weil es so hart laggt, dass man nichts machen kann. Ja, ganz traurige Geschichte, Freunde. Ah, und man will ja dann auch immer, man weiß eigentlich, das erste ist Add-ons unterschmeißen. Ja, aber dann sind es meistens so Add-ons, die dein Interface beeinflussen, die dir wichtig sind fürs Raiden, Farm, PvP oder so, ne? Und dann machst du das ja in der Regel auch nicht, weil wenn du die runterschmeißt, ist ja auch die gefährlich minimale Chance da, dass deine Einstellungen nicht irgendwo anders gespeichert worden sind oder du sie importieren, exportieren kannst. Dann darfst du den ganzen Scheiß neu einstellen, ne? Da leckt man dann teilweise lieber. Ja, gerade als Tank, ich sag's auch den Millis, Opulenz oder der Boss Opulenz, das ist dieser riesige Goldgolem im neuen Raid. Freunde, wo haben wir das denn? Hier, ne? So, dass der jetzt nicht gerade wenig Effekte hat, wenn wir uns das mal angucken, ne? Dann können wir uns das vorstellen. Jetzt aber, erschwerend dazu, beschwört der Adds. Spieler haben gewisse Kristalle dabei, die leuchten und Effekte auslösen. Dann sowieso, Millie-Bereich, wenn Adds beschworen werden, wisst ihr? Von Blizzard bis Schattenfurore und sonst was, alter, feste Effekte. Mein Rechner, weiß ich nicht, ihr könnt so gefühlt sowieso jeden Tag upgraden, oder? Neue Graka, junge neue Arbeitsspeicher, zack, zarab, 1, 2, 3, aber nö, ist ja nicht. Oder Lotto-Gewinn, leider nicht da, insofern scheidet das aus und wir müssen hin und her lenken. Ja, dazu dann noch irgendwelche Latenzprobleme, paar Server-Bugs, paar Boss-Bugs auch, ja. Aber Raster kann es bei uns einfach den einen Try, ich glaube sogar eine Mad-Moments-Part zu sehen, ist ja einfach despawned. Da geht er gerade fresh in P3, wir hatten einen der saubersten Trys ever. Despawned er einfach, Junge. Weißt du, und du weißt gar nicht warum, zum Glück haben wir dann Morell, der sehr versiert ist und sofort, sofort Jimmy-Newton-Gedankenblitzteil, sofort gegoogelt und Forum und sonst was und Englisch, Deutsch, Spanisch, Alter, alles am Stizzle. Und sofort wussten wir dann, ja, das geht auch an und so, also, so viel Kram wieder, so viel, oh, nee, wisst ihr? Wisst ihr, was ich meine? Nein, ich auch nicht, war wieder zu viel, ne, es gibt wieder Freunde alleine im Raid, so viel zu machen. Kisha, so, wir wollen mit den Tortolanern reisen zu ihrem Schildkröten-Loha, zum guten Torgal, der schöne Geschichten zu erzählen hat. Ja, das ist ein Loha, der ist uralt, der weiß viel, das ist so der Fabelerzähler schlechthin. Ja, der ist beide Brüder Grimm und zwar als Schildkröte. Lash erzählt mir, ihr wüsstet, wo ich Torgal finden kann. Ja. Das ist nicht so nett. Alles klar, Modi, Dankeschön. Ja, da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Wait, warum geht sie jetzt da lang? Ich dachte da lang. Ja, sie sagt einfach, folgt weiter der Straße. Na gut, wir kommen von hier, Freunde, Achtung, jetzt hier, wer noch Führerschein machen muss, ne? Hier, rechts vor links und so, ihr wisst, weil kein Schild. Und wenn wir von hier kommen, okay, und sie sagt, folgt weiter der Straße, da ist aber auch, oder? Da hätte man ja auch sagen können, geradeaus, Mois, oder? Das wäre ja auch möglich. Wir haben ja erstmal eine Sidequist. Shoak, wo seid ihr? Shoak, warum funktioniert das nicht? Hast du eine Stimme? Ne, das war jetzt vom Anklingen, ich wollte gerade sagen. Finde einfach Shoak, los, jetzt sollst du Shoak finden und nicht mit diesem Toten herumhalten. Diese nutzlose Schriftrolle. Kannst du nicht einfach funktionieren? Und Shoak finden, er hat richtig Bock, ne? Profanitätsfilter. Geil. Ich hasse diesen Ort. Ich will einfach nur nach Hause, aber das geht nicht, denn dieser Dummkopf, Shoak, ist verschwunden. Hört zu, Pandaren. Wenn ihr mir helft, diesen Namen zu finden, werde ich euch gut belohnen. Mit 21 Gold, Bruder. Ich könnte Shoak ja finden, aber natürlich blockieren diese dummen Totems meine Magie. Warum auch nicht? Nehmt diese Schriftrolle und nutzt ihre Magie, um die... Einfach ich als Tortellaner, Junge. Natürlich blockieren die das hier, alte Götter und so. Natürlich, warum nicht? Um die Totems zu verbrennen. Ich werde mich umsehen, um herauszufinden, ob dieser Narr einfach nur irgendwo eingenickt ist. Super, gute Location, um einzunicken. Ich gehe voraus, während ihr diese Totems zerstört. Hoffentlich finden wir den Trottel, wenn diese Totems vernichtet sind. Und hoffen wir was. Schlange. Und ich glaube, hier ist auch ein Bonus-Ziel. Kann das sein, dass Blutmoor... Und bitte. Sieht nicht so aus. Warum nicht? Blutmoor. Jetzt habe ich das extra vorgestellt. Weißt du? Hier war ein Bonus-Ziel. Das muss man nur triggern. Vielleicht mit einem gut gelaunten Sprung oder so. Ja, oder einfach nur lang genug meckern. Rache-Scheusal-Austreibung. Ne, hier sehen wir es wieder. Und das ist jetzt auch so eine Frage, so lore-mäßig. Das ist eigentlich das Modell vom Schar. Ja. Schar, alte Götter und so weiter. Und da wissen wir, so bekannt als der letzte Atem des alten Gottes Yasharash-Überraschung. Ja, Schar, Yasharash, lol, der Zusammenhang. Man kann ihn unmöglich herstellen. Jetzt haben wir die aber hier in Rot. Wir hatten so ähnliche Diener und Manifestationen auch im Albtraum dann mit Legion. Ja. Und all das hat schon irgendwie mit alten Göttern zu tun. Ja, auch mit Gahun. Und da ist natürlich die Frage, ob das dann so ein grundsätzlich Old-God-Modell ist. Ob Blizzard nur keinen Bock hatte, jetzt hier irgendwelche anderen Rachegeister zu modellieren. Ja. Ob das Schar letztendlich überall in der Welt zu finden ist, in unterschiedlichen Formen. Das sind alle Sachen, da haben wir keine Antworten drauf. Er hat hier eine neue Waffe. 3,95 Bruder. Lässiges Ding. Das war mein erster Ebscher Zweihände an diesem Add-On. Schön. Sweet, sweet memories, liebe Leute. Und ja, dementsprechend, das sind auch so Fragen, die auch von euch manchmal kommen. Natürlich mit Screenshot und Bild. Sag mal, Craft, sind das nicht hier Schar? Haben wir die nicht nur in MOP und so weiter und so fort? Wo ich sagen muss, ja. Und wir wissen nicht, ob das jetzt hier eine andere Manifestation ist. Ob die Old-Gods wieder so weit in Einfluss reichen. Hier unser Bonsamdi-Buff, by the way, den wir letztes Mal am Schein geholt haben. Ja, oder ob Blizzard einfach so, ja, du, das ist hier so eine kriechende Manifestation. Ne, Basic-Modell, wie diese komischen Mutanten im Draenei-Startgebiet. Ja, die da auch rumkriechen und mutieren vor den Kristallen, die in die azerotische Flora und Fauna stürzen. Ja, und dann müssen wir einfach sagen, wir Pandaren wissen es nicht, ja. Wenn wir bei MOP bleiben wollen, immer noch eins meiner Lieblingszitate von Lernsucher Joe. Wenn man nämlich bei den leeren Suchern Ruf farmen möchte, ja, um sich dieses Wolkenmauern zu holen, auf dem ich auch ab und zu fliege. Dann muss man einfach nur in Pandaria rumreisen und so ziemlich alle Schriftrollen, die überall liegen, vielleicht kennst du ja ein oder andere vom Leveln, der sich damit nie beschäftigt hat. Da liegen ab und zu Schriftrollen rum. Die kannst du einfach anklicken, ne, und dann gibst du was über die Ja und Gold, über das Schar und über die Schadopan. Und wenn du die alle sammelst, also gelesen hast, dann kannst du jedes Mal nach so einem Abschnitt zum Heim des Wissens, zu den Lernsuchern, mit Lernsucher Show oder einem seiner Kollegen sprechen, dann kriegst du Ruf dafür. Und am Ende kannst du eine Wolke kaufen und der erzählt dann jedes Mal auch was dazu, ja, so ein bisschen irgendeine Mischung zwischen Looten und Leveln und Archäologie, ja. Und da sagt er dann auch immer bei dem einen, ne, so und so war das und ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum das so ist, wir Pandaren wissen es nicht. Und dann labert er da gefühlt drei Stunden und drischt immer irgendwelche Phrasen und im Endeffekt sagt er dann, ihr fragt euch jetzt warum, wir Pandaren wissen es nicht. Finde ich großartig, ja, das ist der oberste Lehrensucher und sein Catchphrase ist, wir Pandaren wissen es nicht. Die finde ich sehr gut, finde ich, ne, das ist noch ehrlich, Freunde. Ja, das ist noch ehrlich, großartig, vielleicht sollten wir ihm dankbar dafür sein, ja, dass er uns aufzeigt, wie toll die Lehrensucher sind, Junge. Dass direkt weißt, jawohl, das ist der Chef, das kann nur ein guter Laden sein, ja, großartig. So, Bonus hier, das ging einwandfrei schnell, wir brauchen noch ein Totem. Kann ich das zerstören, ohne dich zu triggern da? Nein, okay, er musste sich jetzt umdrehen, ja, das war wirklich die Millisekunde, dass es gereicht hat, dass er sich umdreht, Alter. Ja, weißt du, ah, schön ist das nicht. Craft kann das Schwert ja jetzt traden, wie das Schwert, was denn für ein Schwert, wieso bin ich denn jetzt hier angesprochen, oh Gott. Ja, hä, hab ich wieder Livestream an nebenbei, ne, alle gucken zu. Scheiße, glaub ich, hat Bolias mal gemacht bei einem Unboxing, ne. Hat er von seiner Wutbox hier, immer so eine Random Boxen kennt man, ne, wo so ganz viele verschiedene Goodies drin sind. Hat er ja, äh, aufnehmen wollen, hat dann auf Stream geklickt, ne. Die Angst, Digga, die Angst ist immer da. Ja, so, einige der Totems sind zerstört, weil er zauber, jetzt funktionieren. Sag mal, ja, ja, Kaiosh, weiß nicht, der Nachbar von Goofy und Max. Einige kaputte Totems sind besser als keine, mal sehen, ob wir diesen Trottel finden können. So, es werde Licht, schön. Lichtbildnis, kennen wir von Juri Ohne, kann man als zwei Lichttributmonster benutzen quasi. Und, was ist denn jetzt? Hä? Finde ihn, nein, 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 was ist da los? Kurz mal den Untergang zitiert, oder was? Ja, sieht so aus, als hätte dieser Einfallspinsel sie von den Blutrollen fangen lassen. Das ist ja jetzt auch nicht, also, naja. Das wird schnell zu Gewalt führen, aber das hätte man sich doch denken können, oder? Selbst wenn er hier irgendwo gepennt hätte, so gehen die noch nicht dran vorbei. Oh, hier eine Schildkröte, ja, moin. Dieser Idiot, warum muss er sich auch von den Blutrollen fangen lassen? Kannibalen killen. Schuak und ich hatten einige Begegnungen mit den Trollen von Nathavor. Das muss der Grund sein, aus dem sie diesen Idioten fangen wollen. Die Frauen in diesem Stamm fressen doch tatsächlich ihre Männer. Warum, Mann? Warum? Warum müssen jetzt die Spinnen sein, oder? Und jeden sonst, den sie in die Hände bekommen. Vermutlich bereiten sie Schuak gerade für den Mittagstisch vor. Wobei, schwierig, eine Schildkröte zu fressen, direkt Kannibalismus. Ich meine, sind humanoide Züge, aber hat ein Murloc auch. Und trotzdem können wir auch Bufffood von Murlocflossensuppe und so fressen, ne? Uff, tut uns allen einen Gefallen und tötet ein paar dieser Kannibalen. Ihr Ableben würde die Welt schon ein wenig besser machen. Machen wir. Keine Macht im Kannibalismus. Er hat echt Probleme damit, ne? Natürlich, sollten wir vielleicht auch alle. Natürlich haben die Trolle von Nata Voa Schuak gefangen genommen. Wäre ja sonst auch zu leicht gewesen. Ich glaub, den lade ich mal ein zum PvP-Kommentary, ne? Ja, zwei Heiler hier wieder bei den Russen. Warum auch nicht? Wäre ja zu leicht gewesen. Ich habe es satt, von diesen Trollen davon zu laufen. Also werdet ihr jetzt einschreiten und dem ein Ende setzen. Die Trolle von Nata Voa, ich will mal ein S reinbasteln, Digga, warum? Haben drei mächtige Hexendoktoren, die als Leichenhetzerinnen bezeichnet werden, setzt ihn ein Ende, das soll den Stamm ins Chaos stürzen. Natürlich könnte das alles ganz spektakulär schief gehen und meinen grauenvollen Tag noch schlimmer machen. Ich liebe diesen Typen. Ich weiß nicht, Schuak auf der Speisekarte, was für Unfug Schuak getrieben hat, dass er von den Trollen von Nata Voa gefangen genommen wurde. Das werden wir erst wissen, wenn ihr ihn gerettet habt. Ich habe schon wieder Charge reingebastelt, Alter. Warum? Zu viel YouTube-Kacke geguckt, Mann. Ich wette, sie machen sich schon bereit, ihn zu einem köstlichen Gericht zu verarbeiten. Ihr müsst rasch vorgehen und ihn herausholen. Schuak ist einer der größten Töpel, die ich kenne. Die Trolle werden nur ungern auf ihre Mahlzeit verzichten. Ja, wir gucken, was wir tun können. Und auch heftig, ne? Also jeder Bluttreu-Stamm ist ja abgefallen, weil es sind Bluttreu, ne? Blutmagie, die essen sich gegenseitig. Da sind Frauen an der Spitze. Wird als Deutsche sagen, natürlich absurd. Ja, völlig geisteskrank. Und, ne, Gahun anbeten und was weiß ich nicht, wer mehr dazu wissen will. Klar, Gahun-Lore-Video auch mit Bluttreu-Anfängen in meiner Lore-Playlist natürlich zu finden. Und jetzt haben wir hier noch einen Stand, der bekannt dafür ist, sich gegenseitig zu fressen. Stellt euch vor, wir hätten in dem letzten Dorf, ja, hätten wir nicht verhindert, dass die Verstärkung rufen, indem wir ihre Bedrohungstrommler und Ausgucke und so vorher wegschicken, vergiften, was auch immer. Dann wären solche Bastarde auch noch dazu gekommen, während wir hier Reek stellen, ja. Das heißt, die Aussichten sind entweder von einem Loa zerfetzt werden oder von Kannibalen gefressen werden. Ja, großartig. Wir haben Stimmen gehört, die von euch flüstern. Ich freue mich schon drauf, euch zu fressen. Das ist halt so abartig auch, oder? Das ist halt so fucking abartig, Mann. So, ach nee, Blutzecken auch noch. Leichenfresser, Junge. Ja, hier, die kleinen Kinder, ne? Die wollen auch noch was vom Schmaus, Junge. Das sind locker wirklich so richtig Freak-Trolle, die so dann diese Blutzecken und so als ihre Kinder sehen. Wie viele Gegner habt ihr gegessen, um so stark zu werden? Ja, hoffentlich nicht so viel, ne? Ich weiß nicht, haben wir schon mal irgendwann gut als Untoter vielleicht. Das ist Kannibalismus auch als Volksfähigkeit. Nur mal so, ja, ich flanier hier die ganze Zeit, wie gangstiskrank das ist. Und in der Horde selber, by the way, überraschenderweise die Fraktionen von unserem Kriegshäuptling, Silvanas, die fressen halt als Volkspassive schon seit gefühlt Classic, ja. Fressen die einfach auch alles, was rumschärft, einfach für ein bisschen Life-Frag, Junge. Ja, und was sagen wir? Oh ja, für die Horde und so, ne? Aber hier, also, so geht's gar nicht. Wamm, Junge, der Bonsamdi-Trade, not bad. Der ist ja gar nicht bad. Den hab ich sonst immer, das ist ein Rare, der gibt Böse aufs Maul. Den hab ich sonst immer nur, äh, als Tank und so genommen. Wenn du ganz viel dazu pullst, bisschen Bonus-AOE. Aber der rotzt ja richtig rein, hör mal, der Bonsamdi, oder? Meine Güte! Gucke da, der Lord des Tudels, oder? Einwandfrei. Und dann hier, von wegen gefressen werden, schöner blauer Geist, Alter. Wie in Borgs Schattenfang vor dem Rework, oder Rework, Digga. Dann wär auch ganz viele so ne blauen Schemen, großartig. Schön, dann ist die nächste Leichenhetzerin. Tolle Sache. Die Stimmen haben mir gesagt, euer Fleisch gibt uns Kraft. Und auch Gahun seine Finger im Spiel, ne? Ist auch die Frage, haben die alten Götter vielleicht auch einfach Spaß daran, die Leute so abgefuckt werden zu lassen, weißt du? So auch als Treuebeweis, um zu gucken, machen die wirklich jetzt jeden Scheiß, den ich denen sage, weißt du? Wenn Gahun irgendwie mit Joxaran, Joxaran, Junge, man kennt ihn, Joxaron und ein Soss irgendwie beim Pokern sitzt, oder so, und dann Joxaran so, ich hab hier meine Gesichtslosen, ne? Die spawnen aus Wolken um mich rum. Ja, und du hast da deinen Tolli, mach doch eh nicht alles, was du sagst. So, 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 machen die, wa, Verderbnis, weißt du, eh? Wa, 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 und dann sagt der Hun so, so, ich beweist dir das jetzt. Guck mal, ich sag der einen jetzt, sie soll ihren Bruder fressen, wird sie stärker, weißt du? Macht sie, macht sie eh nicht, macht sie, weißt du? Genauso, deswegen wispern die denen manchmal absichtlich abgefuckte Sachen ein, um zu gucken, ob die wirklich auf alles hören. Schoak, das sieht nicht gut aus, hör mal. Mein Guter, oder? Das ist, das ist original mein Face einfach direkt, wenn ich aufwache. Auch egal wann, ob ich verschlafen habe, zu früh wach werde, ob ich meine Katze weg, wegen Futter, Alter. Das ist mein Face, auch mit dieser spitzen Oberlippe, Junge, als ob du gerade in drei Zitronen gebissen hast, weißt du? Großartig. Kaiosh hat mich geschickt. Ich kümmere mich um die Rache-Scheusale. Ah, wenn ihr nicht hier seid, um mich zu fressen, dann verschwindet und rettet euch selbst. Die Rache-Scheusale werden jeden Moment zurück sein, um sich ihre Nahrung zu holen. Oh, der Arme, oder? Wir retten dich, Bruder. Ja, da kommen sie, aufpassen. Wo denn? Von wo denn? Oh, da. Oh, das ist ja, Alter, Digga, wir werden überrannt, ne? Obacht, zack. Das war ja richtig, oh. Ich hab so das Gefühl, die sollten zusammen spawnen, kann das sein? Oder sollen die so one by one kommen? Die Rache-Scheusale. Das ist auch das nächste Ding, ne? Das nächste Ding, vielleicht ist das genau wie mit himmlischer Erhabene und Loa und auch wilde Götter, was ja durchaus dasselbe sein kann. Und vielleicht heißt das Schar, was in M.O.P. eben als Schar bekannt ist, heißt hier einfach Rache-Geist, würde ja auch Sinn machen, ne? Würde ja durchaus Sinn machen. Wenn wir mal gucken, wie wir das Schar entfesselt haben, wie man das vielleicht nennen könnte, was Geisterhaftes, was Schemenhaftes, ja? Etwas, was durch Rache und fiese Gedanken beschworen wird, kann ja sein. Ich glaube, wir essen erst den Tortolana und dann euch, ja, die, wie heißt die? Die schlechter Königin, Alter. Nice, wir nutzen einfach ihre Königin, Berserkerwut, Execute, Digga, und Toben in die Fräse. Wie das Fleisch sollte mir Kraft weben, ja. Ah, es geht mir gut, ich kann mich bewegen. Ich werde zu Kajosch gehen. Ich wette, er ist ziemlich wütend. Ja, du hast da aber, ja, du, ne? Jedem sein Accessoire, du, wenn er das als Schmuck tragen will, schön zwei Speere im Wands. Alter, für mich wäre es nichts, Freunde, muss ich euch so sagen. Für mich persönlich wäre das nichts, aber wer bin ich, dem vorzuschreiben, was er anzuziehen hat? Oder, das müssen wir ja auch ganz klar so sagen. Habe ich mich eigentlich gebufft hier mit allem, was wir so haben? Ja, schöner Flüsterkristall. Aus M.O.P. noch, glaube ich, von der Zeitlosen Insel ist das Teil. Und da kommt demnächst auch wieder was, ne? Ich weiß nicht, ob mit 815 oder mit 820 erst, aber da kriegen wir auch wieder so ein Kristall. Einwandfreies Ding, war ich immer großer Freund von. Und benutze ich, ihr seht das, über Addons hinweg, ja. So einen kleinen Buff kann man immer mal mitnehmen. Ja, der wird nicht schlecht. Ja, das sind jetzt hier, okay, das ist jetzt irgendwie alles um 24 erhöht, aber so viel Werte haben wir auch nicht mehr drauf. Wenn wir mal gucken, ne, hier 44 Vielseitigkeit und so. Und dafür ist ein Buff hier auf so ziemlich alles davon. Ich meine, sowas wie auf Int und Befähigkeit bringt uns auch nichts, aber ihr wisst, was ich meine. Oder Kleinvieh macht auch Mist. Ja, und angehäuft ihr immer mal einen Wert dazu. Das kann das kleine Fitzelchen sein, was ihr zum nächsten Prozent kriegt oder sonst was fehlt, ja. Deswegen lieber haben als brauchen. Ja, ganz wichtig. So, unsere letzte Leichenfetzerin hier. Ich glaube, ich fresse euren Arm, bevor ich euch, was mit euch, das Totem stärke. Warum denn auch mein Arm, Alter? Ich überlege gerade, aber will auch nicht drüber nachdenken, was ich zuerst von Leuten essen würde, weißt du? Keine Ahnung, wie war das so bei Karl Drogo, bei Game of Thrones, waren es die Herzen, ne? Was waren noch die Herzen von Pferden, wenn ich mich nicht irre, was ganz anderes, ja. Wehe, er esst mich für Kraft. Nee, keine Angst. Kraft 1, 2, 3, 5, 4, man kennt ihn. Ja, das ist der, der immer die Menschenherzen frisst in seinen Videos, Junge. Oh, den will ich gern noch lürken hier. Zeig mal, schön lürken und leatschen und alles gleich, zwei, Junge. Bam, sehr, sehr schön, 7 von 10. Wer bist du denn? Scarecrow, Digga, License. Grenzer ist sein Rang. Was sagt einem denn der Rang? In Grenzer ist das jetzt auch so Game of Thrones mäßig? Ich habe da nicht auch Grenzer und so, aber keine Ahnung, Grenzdebide gab es da auf jeden Fall. Ja, die gibt es auch auf Ereda, Bruder. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Sowieso nicht, solange Nutella nicht nach Scheiße schmeckt, oder? Solang ist alles im Buddha, Digga. Solang ist original alles im Buddhismus, wie ich eben sagen wollte. Das Schöne am Furohrkrieger ist, im Gegensatz zum Waffenkrieger, muss ich sagen, Freunde, dass wir, wenn alles auf Cooldown ist, man keine Wut hat und sonst auch nicht ziehen kann, was jetzt selten der Fall ist, auch in der Burstphase ist so immer irgendwas, ne? Bam, Bam, Schmuck, sonst was, Trinket oder was auch immer. Dann hast du aber hier immer deinen Wirbelwind. Ja, und das ist meiner Meinung nach auch der entscheidende Unterschied im Gameplay beider Klassen. Also es gibt schon andere, aber du kannst immer was hämmern, ja? Du kannst immer, wenn gerade nichts geht, kannst du mit Wirbelwind eh mal reinballern. Wir wissen, damit stacken wir ja oben auch unseren AOE-Buff entsprechend, ja? Und bei Waffen stehst du manchmal rum, alles auf Cooldown, kolossale Schmettern, Prognet, stehst da rum, Auto-Attack, ja? Und weil da kostet Wirbelwind ja zum Beispiel auch Wut und das ist, das ist ein Unterschied. Ja, das merke ich immer ganz krass, wenn ich wirklich mal zwischen diesen Specs auch wechsle oder jetzt beim Leveln, wir leveln ja so viele Sachen momentan, also Gnome, Zwerge, Dunkel-Eisen, Zwerge, alles, alle ist eine Horde, ist halt alles schon fertig, was soll man machen? Und da merke ich auch immer ganz krass die Unterschiede zwischen den Specs so, ja? Das ist natürlich auch immer nochmal was anderes, ob man jetzt irgendwie mit Level 10 das Ganze mal, Level 20, 30 oder dann auf 110, mit Equip sogar, ist natürlich immer noch was anderes, aber, naja, eben im Grundkonsens quasi nicht, ja, versteht er? Nein, ich auch nicht. So, Kannibalen killen, als ob ihr jetzt hier wirklich alle hinterherkommt, verpisst euch hier, ihr roten kleinen Schar-Fickfrausch-Missgeburten, komm, zieh Leine jetzt hier, Mann, deine Mutter hat dich nie wirklich geliebt, weißt du, deine Zeichnung hängt heute nicht mehr am Kühlschrank, der will's nicht, bei dem funktioniert sowas nicht, ist dem egal, das ist dem egal, der ist mit 14 schon auf die Straße gesetzt worden, dem sind seine Eltern eh egal, sonst funktioniert das immer, da werden die Leute heulen weg, wenn sie mal so einen Spiegel vorgehalten bekommen, warum bist du nicht aggressiv, warum willst du dir das schlagen, hat dich eine Mutter nie geliebt, warum weißt du das, dass ich das kompensieren muss, funktioniert eigentlich, aber bei dem wieder nicht, weißt du, das war wieder der krasse, der richtig coole Junge, der muss hier sterben für seine Prinzipien, die er nicht hat, ich konnte ihre Schreie bis hierher hören, diese Blutrolle sind wahre Monster-Bandaren, wer frisst schon seine Verwandten? Ja, dieses Face da ist einfach geil, wer frisst schon seine Verwandten? Ey, 117 Boys läuft bei uns auf jeden Fall, ein Tortolaner Todesritter, verbündetes vollkonfirmt bei den Augen, gute Arbeit, jetzt wo diese Dinger aus dem Weg geräumt sind, sollte Chaos unter den Trollen von Nathavor herrschen, wir haben schon gut Posten zerlegt hier, von den Blutrollen, und Shoah, nochmals vielen Dank, ich war mir sicher, dass das mein Ende wäre, Hose, und, oh, wobei, 265, ne, das Lego hat zwar seinen Effekt verloren, ne, weil wir über 150 sind, aber die Hose ist trotzdem besser, schön, was mir fehlt, ist so ein bisschen Pflaster auf seinem Bauch oder so, das fände ich ganz cool eigentlich, Idiot, wisst ihr eigentlich, welche Sorgen ich mir gemacht habe? Ah, Kaiosch, das hättet ihr sehen müssen, überall dunkle Magie, Trolle, die seltsamen Sachen machen, und ich hatte sogar Speere in meinem Bauch, ihr wurde fast gefressen, und wie viele Speere waren in eurem Bauch? Gute Frage, sollte man klären, das waren mindestens zwei, und sie waren mächtig groß, oh, und danke, dass ihr mich geheilt habt, geil, geht schon in Ordnung, Dummkopf, aber nicht wieder weglaufen, ob das so ein kleines Tortolaner-Schwulenpärchen sein soll? Kommen wir zu den anderen zurück, es gibt so viel zu erzählen, die sind doch alle da lang, ihr geht falsch rum, wenn ihr noch einmal verloren geht, bevor wir zurück sind, werde ich nicht wieder nach euch suchen, keine Sorge, ich gehe nicht verloren, und wenn, würdet ihr ja sowieso nach mir suchen, ihr möchtet gerne Sitcom mit diesen beiden Tortolanern sehen, wäre großartig, so richtig schlecht, so richtig oldschool, ihr wisst ja, so einer sitzt auf dem Sofa, liest Zeitung, kommt der andere rein, das Publikum rastet aus, wie früher bei Bundy, wenn Dumpfbacke irgendwie die Szenerie betritt, und dann hängt er einfach seinen Hut hin, so ganz langsam, Publikum rastet wieder aus, er hat seinen Hut hingehangen, wisst ja, so richtig bescheuert, man, wäre geil, würde ich komplett feiern, liebe Leute, wir mounten auf ein thematisch passendes Mount auf, was nur 333.333 Gold kostet, geil, und sehen uns dann im nächsten Part, dann mit Torga, oh, hallo, ich dachte, wir sind tatsächlich schon da, aber wir mussten halt diesen armen Leuten helfen, oder ey, meine Handgelenke verwirren mich immer noch, so, weiß ich nicht, das ist, weißt du, wie so eine frisch gekochte Spaghetti, wenn du weißt, dass sie durch sind, Junge, naja, wir sehen uns im nächsten Part vorne, bis dahin, und rein, tschau's, die appelle Hollywood roh, bis dahin, bis dahin, Vielen Dank.